Hallo liebe Bastler, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Regenbogenhintergrund macht, wie ich ihn für meine Einhornkarte hier verwendet habe. Das Papier, das ist Aquarellpapier. Ihr müsst das jetzt gleich nass machen, deswegen unbedingt Aquarellpapier nehmen. Das normale Papier hält so viel Wasser nicht aus und wird dann grisselig und wälzig. Also das wäre am besten. Die Stempel könnt ihr dann wieder normal auf Flüsterweiß drauf machen. So und zwar braucht ihr dazu den Wassertankpinsel und die Brusho Crystal Colors. Alle die ihr habt. Ich verschließe die immer mit so einem Pin, habt ihr vielleicht schon in meinem anderen Video gesehen. Es reicht, wenn man ein Loch rein macht und dann kann man das mit so einem Pin verschließen, dass die nicht, wenn sie umkippen, nicht auslaufen. So, ich habe mir hier schon ein Stück Aquarellpapier zugeschnitten auf 14,3 x 10 cm. Dann passt das ganz gut auf so eine Karte und hat nur so einen kleinen Rand ringsrum. Und das klebe ich mit so einem Malerkrepp oben und unten fest. Wenn ich sehr viel schmotze, dann klebe ich das auch noch an den Seiten fest, damit sich die Karte nicht so welt beim Arbeiten und das nicht so sehr verfließt. Aber hier reicht das, hier nehmen wir nicht ganz so viel Wasser. Es reicht, wenn ihr oben und unten die Karte festklebt, dass die schön flach auf der Matte bleibt. Natürlich braucht ihr einen Untergrund, der Wasser aushält. So, und dann malt ihr mit dem Wassertankpinsel hier die Form eures Regenbogens auf. Also überall, was später der Regenbogen sein soll, da macht ihr die Karte nass. Nicht zu nass erstmal, nur so ein bisschen. So, Silber, wie schon weg, solltet ihr auch bereit haben. Und jetzt fangt ihr an mit der blauen Farbe, ganz vorsichtig. Nur ein paar Pigmente da unten drauf. Ich habe schon fast zu nass gemacht. Das läuft sehr nach oben. Ist ein bisschen im Abtupfen, dass die Farben nicht zu sehr aneinander laufen. So, und dann geht ihr mit dem, ich halte das nochmal die Kamera, ich habe da jetzt ein paar Farbpigmente und dann geht ihr nochmal mit dem Wassertankpinsel drüber und verteilt das. So, abtupfen. Jetzt kommt die nächste Farbe. Da habe ich das Moosgrün genommen. Auch so ein paar Pigmente auftragen. Komischerweise kommen da lila Pünktchen raus. Ich weiß auch nicht. Special Effekt beim Moosgrün, nicht wundern. Das gehört so. So, das verschmiert ihr dann auch noch wieder zu einem Streifen abtupfen. Ihr könnt da auch nochmal unter den unteren das nochmal ein bisschen verteilen. Oder auch ein bisschen Wasser abtupfen, wenn es zu nass ist. Das saugt sich dann hier in das Tuch. Jetzt ist mein Blau da unten sehr grün geworden. Da gehe ich nochmal drüber, nochmal ein bisschen Farbe drüber streuen, dass ein paar Pünktchen da sind und dann könnt ihr das nochmal verteilen. So, als nächstes nehme ich dann gelb über den grün. Ein bisschen Farbe auf dem Papier verteilen und wieder mit dem Wassertankpinsel drüber. Also vorher dürft ihr die Karte nicht zu nass machen. Nur leicht anfeuchten, dass die Pigmente kurz haften bleiben und ihr verteilt sie dann mit eurem Wassertankpinsel. Dann als nächstes Orange. So ein bisschen wie so ein Salzstreuer. So, da ist jetzt nicht so viel rausgekommen. Mal drüber gehen. Und ein bisschen nachtupfen. Oben ist dann das Rot. So. Jetzt ist es mir passiert, dass die roten Pigmente in das Orange reingelaufen sind. Reingeplumpst sind. Wie auch immer beim Streuen. Da könnt ihr den Pinsel reinigen und dann geht ihr nochmal über das Orange drüber und dann könnt ihr das so ein bisschen abnehmen quasi. Falls da eine Farbe ist, die da nicht hingehört. Könnt ihr mit dem sauberen Wassertankpinsel nochmal drüber gehen. Und dann gehen diese überflüssigen Rotpigmente auch wieder weg. So, ich finde das Orange könnte noch ein bisschen kräftiger sein. Da könnt ihr euch auch nochmal nachjustieren, wenn euch das eine oder andere nicht gefällt. Und wenn da so Pigmente auf die Karte gekommen sind, einfach wegpusten. Könnt ihr später dann, wenn es trocken ist, sowieso wegpusten. So. Jetzt ist schon ein schöner Farbverlauf zu erkennen. Da wo zu viel Farbe ist, halte ich nochmal ein Zehbarwisch und weg kurz in die Ränder, dass sich das Wasser ein bisschen aufsaugt. Zu viel Wasser ist auch nicht gut. So. Vorsichtig, dass ihr die Farben nicht zu sehr vermischt. Okay. So. Und dann nehmt ihr den Heißluftfön und föhnt auf der kleinsten Stufe, Stufe 1. Der Stamping-Up-Heißluftfön hat zwei Stufen. Könnt ihr das trocken. Könnt ihr das andere mal ein bisschen höher laufen lassen. So. 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 Also durch das Trockenfön, finde ich, wird die Karte noch ein bisschen flacher. Wenn man die so trocknen lässt, dann wölbt sie sich manchmal sehr. Und das war schon der ganze Zauber. Ich habe jetzt nicht ganz zu Ende geföhnt. Damit ihr euch hier nicht langweilt. So. Aber ihr seht schon. Man hat einen ziemlich interessanten Farbverlauf bekommen. Das Moosgrün, das hat da ein bisschen das Sprenkelchen. Das ist da normal, aber das sieht irgendwie ganz cool aus. Immer. Als besonderer Effekt. Und die werden immer wieder verschieden, die Karten. Ich hatte gerade schon mal eine vorbereitet. Da habe ich ein bisschen mehr Rot oben gehabt. Also es ist immer ganz unterschiedlich und es ist ja auch gerade interessant. Und wenn da mal so ein paar Sprenkel sind, das ist auch ganz schön für den Hintergrund, finde ich. Ich hatte noch überlegt, eine andere Technik dafür zu verwenden. Und zwar könnt ihr auch ein Acrylblock ein bisschen anfeuchten und da dann das Pulver drauf streuen. Und das dann nach und nach auf der Karte aufbringen. Das ist diese Karte hier. Ich fand es ein bisschen zu kontrolliert. Ich finde es schöner, wenn so ein willkürlicher Verlauf entsteht. Und ich habe auch gemerkt, die Farben, die werden nicht so brillant. Also wenn man die auf dem Acrylblock mit Wasser vermischt, dann werden sie heller. Wer das schön findet, kann das natürlich auch machen. Also einfach ein bisschen Wasser auf den Acrylblock. Pigmente drauf streuen, vermischen und dann damit malen. Und natürlich immer wieder den Wassertankpinsel zwischendurch reinigen. Im Zeberwischung weg, dass die Farben nicht so sehr vermischen. Und dann bekommt ihr so etwas hin. Das geht natürlich auch, wie gesagt. Aber ich finde das sehr interessant, wenn man das streut. Bei der Karte sieht man das jetzt ja auch noch gut. Ich mache mal hier das weg, dass sie nicht so schön ist. Das hat hier so ein paar interessante Verläufe. Und das sieht einfach mehr nach Aquarelltechnik aus. Und etwas künstlerischer, finde ich. Genau, dann könnt ihr euer Einhorn stempeln, stanzen, draufkleben. Fertig ist die Karte. Das da unten, den Spruch, den habe ich einfach mit der Schere von Hand ausgeschnitten. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und hoffe, ihr habt gesehen jetzt, dass es ganz easy ist, einen ganz tollen Regenbogenhintergrund mit dem Brusho Crystal Colors zu zaubern. Mehr demnächst auf meinem Blog. Bis dann, tschüss, eure Nicole. Bis zum nächsten Mal.